Moin Leute, ich bin gerade unterwegs, mal wieder mit der Mavic im Rucksack, weil beim letzten Mal filmen habe ich irgendwie die Belichtung ziemlich verkackt und deswegen sind die meisten Aufnahmen von Arsch. Und deswegen bin ich heute bei diesem schönen Wetter nochmal draußen und übe nochmal ein bisschen das Fliegen und heute geht's an den Stausee. Das heißt, hoffentlich erwarten euch gleich wunderschöne Aufnahmen. Bis dann, tschüss! Ich puste den Rauch in die Luft, mittlerweile geh ich freitags nicht mehr raus in die Clubs. Hab keine Lust, meine Schädel zu bumsen, außerdem hab ich mein Mädel gefunden. Ich hab die Glotze schon seit Wochen nicht mehr angemacht, doch das wird trotzdem eine lange Nacht. Eigentlich wollten wir nur ein bisschen reden und eigentlich wollte ich nur ein Kapitel lesen. Wieder mal ist mir das Buch viel zu spannend und wieder mal hat mich dein Besuch so gefangen. Kann ich auch ein wenig, das sei nicht normal, kann man heute ohne Schleppchen nicht mehr zu zahlen. Ich kenne viele Menschen, doch ich hab wenig Freunde, hab mein Umfeld animiert, weil ich leben wollte. Ich hab WhatsApp gelöscht, aus Lebensfreude, trotzdem bin ich noch ein Typ, auf den du zählen solltest. Life lacks from your shadow, it is more than I. Ich fühle mich alt, ich fühle mich reif, ich fühle mich jung, ich fühle mich frei. Das hier ist freitags, allein in seinem Zimmer hängen. Ich mache gerne Faxen, doch bin ein stiller Mensch. Ich fühl mich wohl hier, manchmal hab ich Fernweh, kenne fremde Kontinente nur aus meinem Fernsehen. Alles mitnehmen, viel zu wenig Kraft haben, doch vor dem Tod meinen Wunschzettel abhaken. Und ohne Wünsche sterben, scheiß auf 50 werden, ist mir egal wann, Hauptsache glücklich sterben. Ich hatte gerade meinen ersten Mavic Crash, ich bin hier irgendwie in das Gebüsch geflogen und jetzt liegt die hier unten im Gebüsch. Aber es sieht alles gut aus, ich hab meinen Schlüssel auch gleich verloren und stehe in einem Ameisenhügel. Aber es sieht alles noch ganz aus. Also, meine Mavic ist gecrasht, aber hier, Propeller sind alle dran. Aber Ameisen laufen jetzt hier drüber rumrum. Das ist unser neuer Mavic Pilot hier. Ich weiß nicht, ich hoffe ihr seht ihn. Und, ja, ansonsten sieht's aber gut aus. Ah, scheiß Ameisen. So, ich bin jetzt eine Stunde Drohne geflogen. Die Akkus sind alle leer und natürlich, wenn die Akkus leer sind, wird das Wetter am schönsten. Jetzt scheint die Sonne, ist es warm. Aber egal. Ich hoffe, diesmal habe ich gute Aufnahmen. Zwischendurch habe ich auch einen anderen YouTuber, sag ich jetzt mal, getroffen, der irgendwie aus Afrika kam und hier gerade auf der Durchreise war. Und sich auch die Mavic neu gekauft hat. Und er hat mir meine Einstellung durchgeschaut und hat gesagt, oh no, you are a really beginner. Und, ja, er hat mir gesagt, ich soll mir YouTube-Videos anschauen und meine Mavic erstmal komplett neu einstellen. Okay, also, bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao. Ciao.